Nein! Nein! Kommt! Irgendwas! 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 Raus hier! Nächster Versuch, das Kollisierung zu meistern. Und diesmal versuchen wir nicht ge-Frozen in Time zu werden. Und vielleicht schaffen wir es auch uns nicht so rückdrängen zu lassen. Ja! Fliege Mann! Netzt! Und der Nächste fliegt. Der schaut doch schon schön aus. Ich halte mich ja gut. Und ich schnette mich auch gut durch. Da kommen doch sicher auch große, nicht nur die kleinen Sachen, anscheinend nicht. Okay, wir haben wieder anscheinend etwas Großes hier, dass ich nicht meine Muni verschwende. Ja, da kommen die Großen. Hopp, ich habe ein Fahrzeug gejagt. Fliege! Oh, wie viel Muni! Anzus! Ah, was für ein Dodge! Dodge! Man! Get out of the way! Ah, selber zensieren ist cool! Ja, ich habe gerade gemerkt, dass das Ding am hochfliegen ist. Wir halten die Stellung hier. Diesmal lassen wir uns nicht zurückdrängen. Diesmal werden Shotguns gespielt. Und die goldenen Waffen dann wahrscheinlich vernichtet. Die waren es nicht ganz wert. Wie weit ich wette mit der Waffe ist auch ein bisschen krank. Okay, jetzt gibt es Kanatenschaden. Kanatenschaden für alle! Dann ruft er gleich rein in den Granatenschaden. Ne, der chillt. Ist er geklitscht? Ne, ist er nicht. Ich glaube, wir haben es nochmal nicht geklitscht. Nix da! Skipp! Geht was! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Das war gut! Das war nicht gut! Oh ja! Oh ja! Es explodiert da hinten, wenn er will! Oh ja! Ich bin rausgekommen. Ich werde mich wieder ganz zurückdrängen lassen, dieser Shotgun. Puh! Ja, ich wäre fast gestorben. Und schon wieder. Oh ja! Und schon wieder. 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 Komm, lass mich mal in Ruhe da! ach komm schon ich muss ihn weg machen hast du lebt noch was ich werde nur drei mal fast gestorben nur drei mal wo ist die Giftwaffe Giftwaffe macht beide Waffen nicht müsste genau das Munitionsteil ausgetauscht haben bei beiden ich weiß nicht mal ob ich die Fähigkeiten habe die Stufe 3 Fähigkeiten bei beiden wir werden wahrscheinlich den Rückzugsweg nehmen die Freiklingsroute ich spiele nie Pistol ich weiß gar nicht ob das eine Taktik ist einfach mal durchpisteln nach ganz vorne und nach ganz hinten rennen und dann Bagging Off habe ich mich schon verankert irgendwo ich fange schon gut an wo stehe ich denn jetzt schon wieder drin da letzter letzter nicht rausgelockter nicht du stirbst ich habe es gesehen Junge hat mich sogar getroffen ich kann das war ein Fehler das war ein Fehler ein bisschen was richtig viel drin dann okay einfach ganz zurücktreiben lassen ich hoffe das dann hat gerade was gemacht wir rennen und holen uns Munition drüben starte Plan den fetten Typen durch die Feuer links zu holen ich glaube der Plan hat funktioniert nice ja nicht so nice netter Jump ich denke kommt es mir ab beim zweiten Durchgang schon schlechter vor als beim ersten so fliegst wieder ein bisschen vergiften ein bisschen vergiften da ist was mit dir die nächste Runde kommt schon kommt schon die fliegen hoffentlich macht der Granatenschaden die großen weg die fliegenden Mücken ein bisschen und dann schau kann man den Schaden ohje Rückzug okay ja, Gift zurückschießen oh mit den du ich mich nicht langer rumbetzen viel zu gefährlich die kleinen Kücher die werden wir ländig an Ganaten brecken dann haben wir eine Welle von denen die anscheinend abhauen die einer kommt zurück für mich der kommt auch zurück für mich ich kann Moni holen sie kommen nicht zu mir sie kommen nicht zu mir uff 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 Finger brennen das wollte ich nicht nochmal spielen weiter Versuch ich bin die Bosse da hinten schon rum ja dann gehen wir jetzt Bosse verfüttern ach nein wir haben noch so welche dann ab und schauen sehr schön den machen wir auch noch schnell weg und wieder Moni holen und wieder Moni holen woher ist der nächste ach da brauchen wir jetzt habe ich das falsche Sturmgewehr mitgenommen oder ausgepackt einfach da ist ja noch eine Welle von Kleinen netter Versuch und dann haben wir da und Atemschrauben kriegen wir auch da ok da wieder einen da wieder einen und jetzt die großen immer einen linken das hat nichts gemacht diesmal das hat nichts gemacht diesmal oh der andere ist auch schon da ok sehr schön ah Mist das hat ja genau die Moni ich hätte zwar hinten teleportieren können aber da hat es mir mehr gedacht hoch mit dir oh jetzt nicht verrecken da drin gegen den gegen die Menschenwelle war war mit der IS immer sehr gefährlich run and gun bis zum Ende Finger abkloppen alle haben erwischt ok gleiche Taktik gleiche Taktik wir fangen sie die und den Pokébellen wollte ich grad sagen so mehr wert die Moni diesmal und die Stiege wird wieder gecampt und die Stiege wird wieder gecampt da die Stiege hat er noch mit der Stiege habe ich ihn rausgeschossen was haben wir jetzt schon wieder angestellt so schnell kann ich nicht sterben nein 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 es wird wieder stecken gekämpft es wird wieder stecken gekämpft ich attraktiere dich gleich mal der kleine stört der kleine stört auch alter trifft mich wirklich und wieder das gibt man kommt der gerade für mich jetzt soll ich Zeit zum Uni holen ok das ist ein mega power move und er fliegt oh Mist ok fast teleportieren ist gleich da die Kugeln klicken wir uns auf ok die nächste Bosswelle ja ich muss aufpassen dass ich die flosen Kugeln nach Boden sehe da sind wir schon in Bewegung bleiben da sind die da sind meine flosen Kugeln ja die vernichten ok ich glaube ich habe mir den Falschen geholt mit meinem Superschuss wo ist er der andere das ist nicht der den ich dann machen hätte wollen sollen hier ist er der hat auch Schubkanz ah da ist der Schaden nichts da da kann sicher noch eine Bossrunde oh ey Mann okay bringen wir den nächsten Boss oh Monster es werden wieder Sticken gekämmt ich glaube die nächste Runde wird wieder Monster unendlich viele Wellen haben wir wieder Sonne schön ich glaube ich habe jetzt schon dreimal Marazine in dem Teil drin zwischendurch ich brenne Ei 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 ich nehm es somit ich leben bekomme das Leben was ich bekomme durch den ist minderwertig da ist der gute Schaden ab wie habe ich das getocht ich habe ihn mit Kanaten gekämmt ich habe ihn mit Kanaten gekämmt ich habe ihn mit Kanaten gekämmt oh ok ok ich habe ihn mit zu wow das war da war nichts wirklich dabei früß Gift junge Mädel meine ich seiner Königin wenn das Gift länger drauf bleiben würde würde es sich vielleicht sogar ausfallen ich benutze nicht meine Superkugeln nicht dass ich noch einen Bossfight haben muss das wird benutzt und das bitte fertig er tanzt noch zweiter Versuch meine Finger sind gebrochen der Wille war noch da zu gewinnen das haben wir einen Revolver den ich wahrscheinlich sowieso nie benutzen werde wir schauen ihn uns an was der Revolver kann etwas Gutes zum Verwerten könnte gut zum Verwerten sein ja danke fürs Zuschauen tschüss